Das ist Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie kommen jetzt mit uns in Klaas. Herzlich willkommen, Anna. Ich habe so Angst, mein Papa, einen Moment. Ja, und vor dem? Und vor dem Einstücker. Machst du es dir nichts aus, Schling zu sein? Doch, aber ich finde es doch ganz interessant. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Kannst du dich an Professor Teiselbaum erinnern? Da haben sie ihn in einen Hundezwinger gesperrt und ihm eine Eisenkette angelegt. Wissen Sie, man geht nicht zum Vergnügen ins Exil. Du liebst das Land, in dem du Kind warst. Du liebst die Menschen, du liebst die Sprache. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mann hat Gewalt. Du bist eine sehr dramatische kleine Person. Da brennt ein warmes kleines Licht in deinem Herz, Anna. Schütze es. Lass nicht zu, dass es von irgendjemand oder irgendwas gelöscht wird. Du bist eineciażbe. Lass nicht gegen die Schüsse. Lass nicht durch die Schüsse. Das war eine große spannende, die man sich auf einem Weg, was hat eine Lہve Bekämpfung. Ich bin die Schüsse. Ich bin die Schüsse. In der Tür. Untertitelung des ZDF, 2020